Schauen wir mal, ob der Banger schon schläft. Oh mein Gott! Wow, er schläft ja schon, hätte ich nicht gedacht. Ist die doof. Jetzt kann ich endlich weiter meinen Podcast hören. Ich wusste es doch. Denkst du, du hast mich veräppeln? Was machst du da? Ich höre den Marvel Waste an das Black Widow Podcast. Das ist ein deutsches Audible Original. Was ist das denn? Das ist ein richtig spannender Podcast mit richtig coolen Superhelden-Geschichten. Hier, hör mal rein. Muss das sein?